Moin Freunde, was geht und Willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video spielen wir Portlar TX. Und ich will so sagen, ich hatte schon zwei Aufnahmen, glaube ich, versucht. Und die haben beide nicht funktioniert, weil ich auf beiden nur so 500 PS. Und ich habe herausgefunden, woran es lag. Es lag daran, dass ich DLSS3 noch nicht eingeschaltet hatte. Aber jetzt funktioniert es auf 60 FPS und wir beginnen das Spiel. Oder? Da war der Lernschutz geschlüsselt bei der Apps. Spittig Okay, jetzt ist es auf Englisch, wartet Ich weiß nicht, wo man das auf Deutsch einschaltet Das ist ein bisschen dumm Okay, dann haben wir es auf Englisch Ich habe die Knopfseck Dinos Die Wärfe Oh mein Gott, die Wärfe Dinos Excellent Please proceed into the chamber lock after completing each step First, however, melt the incandescent particle field across the exit This Aperture Science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it For instance, the Aperture Science weighted storage cube Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science heavy duty super alerting super button Du willst mich doch verarschen, oder? The cube kann noch durch The cube kann noch durch Aber ich nicht Hallo, drauf platzieren bitte Okay Okay Ich sehe doch mal den Schatten an Jaha, wie geil Jetzt hat sie gar einen Schatten So, jetzt Jetzt geht es weiter Okay You're doing very well Please be advised The invisible taste of blood is not part of any test protocol but is an unintended sliding theft of the Aperture Science material emancipation grid which may, in semi-rare cases emancipate dental feelings, crowns, tooth enamel, and teeth Very good Very good You are now in possession of the Aperture Science and Health portal device With it, you can create your own portals These interdimensional gates have proven to be completely safe The device, however, has not Do not touch the operational end of the device Do not move directly at the operational end of the device Do not submerge the device in liquid, even partially Most importantly Under no circumstances Should move through Yeah, hin und wieder gibt es halt Fierce Drops aber damit müssen wir leben Leicke Please proceed to the chamber lock Mind the gap To ensure the safe performance of all authorized activities Do not destroy Vital Testing Apparatus. For your own safety, do not destroy Vital Testing Apparatus. Well done, remember the aperture sign bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Welcome to Test Chamber 4, you are doing quite well. Hello, my name. Hello, my name. This is the actual game. Are you sure about that, Clarus? Hmm. Vital Testing Apparatus destroyed. Hmm, Clarus, I do not believe that I will not be observed. That is a good idea. Fuck. I knew it. The Vital Testing Apparatus destroyed. Oh. He finds the buttons so crazy. It looks really cool. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, We have already 11 cameras destroyed from 33. Oh, my God. This is hell. It is moving. The Analytical Space Station is one of many Enrichment Centre goals. The aperture sign's high-energy pellet seen to the left of the chamber can and has caused preventive, unbelievable. You. Okay, this is... Do not get to leave us. ... Oh, my God. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ja es ist schon mal ein bisschen schmerz was zu erkennen aber es hält der es getroffen weil sie prüfen noch da machen wir haben ja ich spiele es ist nämlich zu 100% kannst du dir irgendwie ich will es einfach nur schön durchschwielen so und auf hier und hier sieht so geil aus Schaut jetzt mal auf die Portal gerne wenn ich hier durchgehe schon geil ne? aber ich glaub hier jetzt durch das Retracing und die höhere Grafik sieht man glaub ich auch nochmal wie verlassen uns als das ganze eigentlich alles ist ich informe dass der nächste Test ist impossible make no attempt to solve it bin ich blöd oder sind hallo niemand aber bin ich blöd oder gibt sie in der letzten Zeit keine Kameras mehr nicht da schaut mal sogar fußtet das finde ich schon geil ne? so hier gibt es noch ein paar in der Kamera so hier gibt es noch ein paar in der Kamera wo du halt ladest geht es hier gut gibt es hier unten etwas wichtiges oh mein Gott die Beleuchtung davon ist geil Sie verstehen, wie es Protokolle effektet, vorwärtsmomentum, oder wie es nicht Momentum, die Funktion von Mass und Velocity ist zwischen Protokollern In layman's terms, ein langes Ding geht in, ein langes Ding kommt aus Schnelles Ding geht rein, schnelles Ding kommt raus, aus Portalen Die Enrichment Center präsentiert, dass Sie immer ein selbiges Testungsgebiet In gefährliche Testungsgebiet, die Enrichment Center präsentiert, dass Sie immer nutzliche Ideen geben, zum Beispiel, der Boden hier wird Sie Sie versuchen, es zu vermeiden Aber ja, Friends, ich würde sagen Die zweite Portal-Kanone gibt es dann im nächsten Part Danke fürs Zuschauen Es tut mir leid, dass es immer wieder FPS-Drops gibt Aber ja, danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ah ja, kein Nintendo Achja, hab ich nicht doch gern den Kanal Lass auch gerne einen Like da Und ganz wichtig Schreibt mir gerne einen Kommentar Wie ihr Portlartix findet Ciao